vorsicht da wo ich bin das rote haus da hinten ist die türe offen hier sind überall die türen offen ich hab jetzt nur da hinten das gesehen da war ich glaube ich in dem roten haus das du siehst ist das rechts von dir ja ja das war das war dabei ich da komme ich ja ja wo kommt ihr denn aus dem roten haus bitte sehr das ist das was ich meinte gestern so in der art ich habe auf dem weg in die zone entsteht die bombenzone noch vorhin so scheiße das die bombenzone war ja immer wieder bei uns also ich bin ja letztens durchgelaufen so wie richtiger mann digger ich hab auf die gespuckt ich kann mir das gut vorstellen dass du gerade voll in dein mikrofon rein rotz leute dann sind leute vorsicht wo dahinter der kirche oder 20 erzählen würde ja die kommen jetzt ich gehe lieber runter kommen wir ja kommen ja gar das an versteckt euch mich ich komme mir her mich nicht du musst dich auf die andere seite vom stein ich hab mich aus richtung südost kommen aus deiner richtung wo du stehst ich weiß auch nicht wo die sind aber wir sind bei mir viel zu nah du schießt auf die mario ja sollte vorher absprechen ja mit absprache ist ich habe eingekillt glaube ich wo ist getroffen ich sehe gar nichts oben richtung südost 120 grad ja wie gesagt ich seh da nix ich glaub ich nicht so weit unten gibt mir mal deckung einer ja ich sehe halt nix streifschuss wir müssen gleich das letzte stück in die zone reine wir sind noch nicht da versuch grad zum runden dabei ist bei mir am baum und einschläge ich renne weit ich renne weg also ich hab halt nichts zum verbinden ich weiß nicht ob ich einen gekillt habe guck wenn du tab drückst guck ob da ein kill steht okay ich sehe die also ich sehe einen getötet habe ich einen okay die zone ist gleich da wir müssen eingetötet ich komm zu euch von wo aus wo wo von wo streifschuss eigentlich ist die tod wo 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 hilf mir hilf mir hilf mir kann ich sagen von wo ich sehe du musst hinter dem baum du musst hinter dem baum weiter ich kann nicht ne weiter in die andere richtung noch so bekommt so bekommt so kommt noch schnell nicht mehr in der tunne ich versuche es wie viele sekunden ist geschrumpft ein stück klein ich sehe nicht ich sie sollen eher auf mich tot ist tot das war der letzte komm rein ein rennen ich habe ihn getötet ja gut ich muss es verbinden gibt mir mal alle deckung ich muss mich jetzt hin ich habe zwei kills ich habe die von hinten genommen das ist einfach immer unseren zweier team vor wenn so zwei gruppen hallo hallo was leute ich bin ja gerade noch im looten ton ist wieder weg bei mir also ich weiß nicht an was das liegt nur aus versehen wieder weg saustark dass da und der ton ausfällt macht richtig sinn weiter zu spielen keine ahnung an was das liegt vielleicht weiß jemand von euch das team ist gar richtig leise aber es hat nichts gebraucht es ist der mario ist gleich eh weg wieso bin ich eh weg du wolltest noch essen ach so ja dachte ich schon irgendwas verpasst ich glaube die sks genau stimmt ja es ist aus der sie die ganze zeit zu gehören gekommen ja 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 ich verstehe null wirklich auto direkt hier im süden in der lagerhalle stehen geblieben stehen geblieben ja ich warte aufwassen weg da mich hin weg da mich hin ich gucke da rein weil ich hab's nicht weiterfahren gesehen ach ja kannst du übrigens noch die money toppen lass äh wie viel die hab ich dir ja da hingelegt da an der treppe direkt da am geländer wo ist denn die lagerhalle auf welchen koordinaten als was ich ja 195 von meiner position aus mario hier liegt irgendwo 9 mm money ich hab schon ein bisschen was stehen geblieben sein dahinter ok danke ich hab jetzt einfach alles hier getroppt der rennt immer noch der rennt immer noch ah ich seh ich seh ich seh ich seh wo 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 ne auf mich wird nicht geschaffen ah ne neue zone wird scheiße sein ok geil wie viel soll ich droppen da kannst du 20 schuss und mich hast du auch noch 9 mm zum toppen ich hab keinen 9 mm das hab ich hier Mario eben schon gedroppt was wie sagt er kack nein kack hier wären wir eigentlich nur noch 2 spieler als ob du jetzt grad das spiel abgedrückt ja ist abgestürzt aber jetzt kann ich wenigstens übermitteln an wir sollten runter oder vielleicht wir sollten runter meint er also ich bringe ihn um ok Mario ich bringe ihn um ok Mario ich bringe ihn um ok ja könnt ihr machen naja ich guck nicht zu hört ihr mich was macht ihr er fragt was macht ihr Mario kannst du ihm vielleicht irgendwie wir schaffen es nicht mehr heilen in die zone ne übrigens Ok gut 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 dann raus 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 reasfan südwesten ne eeeeh ja toll ja sehr südost yo yo kommt her kommt her nein scheiße 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 Kommt, holt sie euch. Ein Typ schießt. Nein, ich bin da. Nein, es waren zu viel. Die im Rang 10. Okay, hat sich dann doch schnell erledigt. Ey, die Waffe hat so stark geruckelt. Ah. Okay, der Typ hat euch beide und mich hat jemand anderes genannt. Fuck. Die müssen wir dann noch in den Schuss reingelaufen. Musste ich dann schnell abbrechen. Ja, ich hab das gehört. Schade. Das war richtig mies. Bist du immer noch in der Zone? Ja. Deswegen bleibe ich jetzt auch wieder hier drin. Du 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 du. Krass. Okay. Was sagst du? Da sind doch bestimmt asozial viele Leute raus. Oh ja, wahrscheinlich. Ich krieg gerade mindestens acht Leute. Oh scheiße. Also mindestens zwei Teams werden es sein. Aber YOLO, das packen wir locker. Also ich zähle jetzt gerade elf, die runterkommen. Was? Mit oder ohne uns? Ohne uns. Junge, wie land ich denn? Ich lande echt asozial scheiße. Ich bin auch kacke zu landen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Wie viel muss mit? Ah, ich hab schon mein Leben verloren. Das ist schon mal mies. Du hast nur noch ne Waffe für Nuss, Steven. Nein. Oh ja. Nein. Nein. Oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Lass uns gleich, ich glaub wir werden wieder sterben. Ja. Yep. Ja, danke. Mini-OC. Oh Gott, noch einer. Nein. Wo? Ja, ich hab ein Mini-OC. Fuck, 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 fuck. Ah. Nein. Ah, ich kann ihn nicht killen, wird zu wenig. Michael, ich hab ein Kill. Ich hab ein Kill. Was, du hast eingekillt? Ich hab ein Kill, ja. Aber er ist tot dafür. Gott. Oh, Kompensator für Scharfschutzgewirr. Du hast wenigstens das Sichel, nimm die doch mit. Wo war die? Wo war die? Die lag direkt am Boden bei dir. Ja, da stimmt doch. Ich bring die alle um, ey. Oh Gott, wir sind gut. Wir sind gar nicht in der Safe-Zone, ne? Wir werden aber... Wir sind gar nicht. Wir sind gar nicht. Ich hab eine Machete. Ich bring jetzt alle mit Machete. Ich bring jetzt uns Prinzip. Ja. Lass hier den Hintereingang nehmen. Oh, sie ist... Nein! Nein! Fuck! Hurensohn! Du Wichser! Nein! Du bist zu schnell gerannt. Oh Mann! Boah, Michi hier runtert hier, ne? Wie? Tötet der... Ja, von rechts kam halt auch einer. Oh, Michi! Ja, von rechts kam ein Eirot. Okay, wir sind alle dauernd. Okay, wir sind schlechter als gerade eben. 28 statt von 28. Ja, aber dann müssen wir jetzt nochmal spielen. Voll brutal, ey. Brutal, Digga. So. Jetzt fängt die Zone an zu schrumpfen. Oh, in der Zeit kann ich aber meine Skallen anladen. Schau auf mein Auto, weil jetzt... Wie war das? Die Tür direkt hinter mir ist explodiert. Das ist echt nichts für mich. Alter, ich laufe hier rum und plötzlich die Tür hinter mir... Die... Warte... Mami... Ich meine natürlich... Ich bin voll männlich. Ich habe gar keine Angst. Mami... Oh, ich bin männlich. Papa! Oh, los! Leute! Ähm... Südwesten. 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 Ein einzelner sehe ich. Aber der ist ja positiv. Positiv. An dem Baum da, ja. Dahinter der Rennen. Der ist ja unten auf der Straße. Warum rennen? Da geht's nur noch andere Leute in der Nähe. Den in den Augen behalten. Vielleicht uns den gleich snacken. Vielleicht hat er eine gute Ausrüstung. Warte mal, der ist dahinter. Wir warten, wenn er rauskommt. Vielleicht umrundet er das Haus erst. Nee, 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 nee. Der ist jetzt am Fenster noch. Ja, der ist oben, der ist oben. Der guckt noch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Nicht nicht zeigen. So Leute, er wird wahrscheinlich gleich rausgehen. Ich renne rechts weiter vor rum. Er rennt raus. Hinten raus. Hinten. Tür ist offen. Er ist rausgerannt. Zwei. Das sind zwei Spieler. Zwei nebeneinander quasi. Jetzt auseinander. Einer geht hoch und einer geht seitlich weg. Sollen wir schießen? Wenn ihr ein gutes Schuss vielleicht habt. Nee, ich treffe von hier nicht. Naja, das Problem ist, mich würden beide... Ich sehe keinen von den beiden. Fuck. Einer ist den Berg hoch und der andere ist seitlich weg. Verfolgung aufnehmen. Beide sind jetzt auf dem Berg rüber. Ich sehe den einen. Verfolgung. Ich schieße. Ich auf ihn. Ich muss mich bandagieren. Michi, der kommt genau zu dir hoch. Super. So ist noch einer da. Bist ihr wo? er schießt es ist kommt hier hoch er ist tot er ist tot das waren sie waren alle wiederbeleben da vorne zu den häusen ja das macht was machst du da gymnastik scheibenwischer warte leute michi ich würde gerne leben wenn ich ausspringe dann würde ich jetzt nicht mehr malen also hochreise in anführungszeichen wenn wir noch juhu ihr dürft mich wahrscheinlich lupen oder warte ja ihr dürft mich lupen wieso du läufst dann noch ne spiel ist raus du läufst aber geradeaus er lautet wahrscheinlich gleich mal auf jeden Fall welche warte Mario er will keinen Schuss auf den Platz wenden aber du renst immer weiter ne du rennst immer weiter ihr dürft 100% gleich gegen die Häuser was laufen nein du läufst in den Wald wir sind 100%ig in der Nähe Spieler ich bin das Kanonenfutter du rennst immer weiter geradeaus man kann dich nur nicht mehr einfangen richtig ne nur langsam auf wiedersehen leute scheiße ich hab's nicht wofür hab ich den Scheidimpfer hat man gar nicht gehört ich war leise Mann warum stürzt er schon wie die ganze Zeit und er kriegt immer noch weiter guck mal er kriegt immer noch weiter ich oder was ja bring ihn doch um Schüsse ich weiß nicht von wo Halt die Fresse Mario man streift schon gerade ist der See vorbei mach bitte die Musik aus Schüsse aus Richtung Süden Mario wir spielen immer noch ich warte eigentlich drauf dass die Musik von selber ausgeht es braucht eine Akkarte wenn ja hier in der Hütte liegt ein Akkarte wie viele Teamkates ich schon gemacht habe und alle an Mario nicht hier an nicht hier noch nicht weil sie hier hoch waren auf jeden Fall herzlichen Schuss ich kann leider nicht sehen bei den Steinen von der Seite schon was hier Höhe irgendwo ich würd hier wegrennen erstmal nein 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 ok wir können nicht einfach runter rennen ja ich kann gerade irgendwie kaum nix sehen da oben wir sind echt äh on the lower ground wie viele zählt die sind direkt hier links direkt links nein bleib nicht hängen komm rein nein 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 lass mich doch durch fuck ich blieb ich bin hängen geblieben ich bin hängen geblieben scheiße das sollte mal leichter sein glaube ich doch ja oh Oh!